Die Nuss räumle ich jetzt bis zum Endsieb. In der Zwischenzeit habe ich schon einen Ernst-Röhm-Topf aufgesetzt. Sehr gut ausgezeichnet. Mein Adjutant rührt jetzt das Püree. Ich möchte sagen, bei ihm ist das Rührer-Hauptquartier. Er wolle mal Rührer? Sie sind doch der Rührer! So. Die Nuss ist fertig gerommelt. Sie ist jetzt, wie man sieht, gemölzert, wie wir sagen. Ein Saft vielleicht? Ja, ein Saft von der Strachebeere oder vom deutschen Apfel. Saft durch Freude! Das Püree ist fertig. Die Nuss gerommelt. Der Stil kommt hinein. Das Essen ist fertig. Ach. Ach. Das Besteck. Die Löffel. Die Messer. Wo sind denn die Goebbels? Hier sind die Goebbels, meine Rührer. Gut. Bitte. SS. SS. I.S.A. Die. Die. Die.